Und das ausgerechnet zur Ferienzeit. Darüber möchte ich sprechen mit dem Anwalt für Reiserecht, Kai Rodriguez. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag, Frau Würzbach. Also es brennt aktuell und die Situation, sie ist noch immer nicht im Griff. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Was bedeutet das jetzt, wenn ich die Reise noch nicht angetreten habe, aber eigentlich einen Urlaub geplant hatte? Was sind da jetzt meine Möglichkeiten? Bei der Pauschalreise ist es so, man kann kostenfrei zurücktreten, wenn es vor Reiseantritt zu der Situation kommt, dass es zu gefährlich ist am Zielort. Dann spricht man von unvermeidbaren, außergemütlichen Umständen. Aber das muss konkret sein und sich wirklich auf das Reiseziel auswirken. Also man kann jetzt nicht sagen, weil es in der Nähe von Athen brennt, will ich nicht mehr nach Rhodos fliegen zum Beispiel oder nach Kreta. Das geht nicht. Also es muss schon der konkrete Ort betroffen sein oder sehr wahrscheinlich die Gefahr bestehen, dass er betroffen sein wird. Und dann kann man eben kostenfrei von der Reise zurücktreten. Und wenn ich aber eine Individualreise gebucht habe? Da ist es anders. Wenn die Flieger weiterhin nach Athen gehen, dann muss ich die Reise auch antreten. Wenn ich es nicht mache, es steht mir natürlich völlig frei, dann darf aber die Fluggesellschaft Stornokosten verlangen. Und bislang ist der Flugverkehr nach Athen ja auch überhaupt nicht beeinträchtigt. Und wie sieht es dann bei den Hotels vor Ort aus? Die Rauchwolken, die sind ja doch etwas, was mich in meinem Urlaub sehr einschränken würden, die auch schon gefährlich werden können. Also Rauchwolken alleine am Horizont, das reicht nicht bei einer Pauschalreise. Wie gesagt, es muss zu einer konkreten Gefährdung oder deren hohen Wahrscheinlichkeit kommen. Wenn man jetzt nur ein Hotel gebucht hat, irgendwo in der Nähe dieser Waldbrandgebiete, dann muss man auch wieder abwägen, kann es wirklich gefährlich werden. Aber wenn die Situation eintritt, dass vor Ort evakuiert wird, dann muss man natürlich auch als Individualreisender das Hotel nicht mehr bezahlen. Aber da hängt es wirklich vom Einzelfall ab und da muss man die weitere Entwicklung absehen. Waldbrände als solche sind nicht ungewöhnlich in Griechenland, natürlich in der Schwere wie jetzt. Das schon, aber mit Waldbränden muss immer gerechnet werden und das gehört dann auch irgendwo zum allgemeinen Lebensrisiko. Sie haben die Evakuierungen gerade angesprochen, also gehe ich mal davon aus, ich habe die Reise angetreten, ich bin vor Ort und nun verschlechtert sich die Situation. Wer ist dann für mich verantwortlich? Da ist der Pauschaltourist auch wieder besser abgesichert als der Individualtourist. Der Individualtourist ist eher auf sich alleine gestellt. Aber bei der Pauschalreise ist es so, dass der Veranstalter dann dafür sorgen muss, dass der Rücktransport, wenn er denn zum Vertrag gehört, also Rückflug nach Deutschland, anderweitig organisiert wird, also vorverlegt wird. Und wenn dabei höhere Kosten anfallen, gehen das zu Lasten des Reiseveranstalters. Also der Urlauber wird hier durch die Fürsorgepflicht des Reiseveranstalters ebenfalls geschützt. Wieder mal ein Argument mehr für die klassische Pauschalreise. Man ist einfach besser abgesichert zu allen Seiten hin. Aber gibt es denn Versicherungen, die ich als Individualreisender abschließen kann, die mich jetzt dann trotzdem schützen würden? Nee, eine Versicherung dafür, für diesen Fall, es wird gefährlich am Urlaubsort, gibt es nicht diese, man hört natürlich immer was von Reiserücktrittskostenversicherung, aber damit ist das Risiko aus persönlichen Bereichen abgesichert. Also zum Beispiel die plötzliche Erkrankung oder Unfallverletzung oder der Tod eines nahen Angehörigen, aber nicht die Gefahrenlage vor Ort. Und wenn die Flüge weiterhin nach Athen gehen, dann würde die Versicherung eben nicht einspringen dafür, nur weil ich aus persönlichen Unwohlsein, will ich es mal sagen, oder Angst nicht fliegen will. Das ist kein Versicherungsgrund. Und wenn es zu gefährlich wird vor Ort oder vor Ort wird evakuiert, das Hotel ist gar nicht mehr erreichbar oder der Flughafen wird geschlossen, dann kriegt man ja sein Geld auch von der Airline oder von dem Hotel eben wieder. Da braucht man dann gar keine Versicherung. Also trotzdem, man ist auf sich alleine gestellt, wenn man individuell gebucht hat, das ist die Situation, die man jetzt auf jeden Fall beobachten sollte, wenn man Griechenland demnächst auf seinem Urlaubsplan hat. Herr Roderiger, vielen herzlichen Dank für diese Erklärungen. Sehr gerne. Herr Roderiger, vielen herzlichen Dank für diese Erklärungen. Herr Roderiger, vielen herzlichen Dank für diese Erklärungen.